Diese Woche sind der saarländische Rundfunk von Sörbregen über 50 Radio- und Tele-Sendungen über Elsass. Das ist eine riesige Publikität für die Gegend. Eine Familie, sagt Tomi Ungerich. Seine Kulturbank hat das Programm organisiert, zusammengestellt. Es ist die erste große Veranstaltung von der Neustruktur, die sich vorgenommen hat, den elsassischen Künstler unter die Arme zu greifen. Warum der Künstler Ungerich seinen Kollegen so viel Zeit schenkt, erzählt er uns gleich. Tomi Ungerich ist unser Mann von der Woche. Wenn man so viel Erfolg hat im Leben wie ich, wenn man denkt, dass man ein Liederbücher in Deutschland über eineinhalb Millionen verkauft hat, dann muss man diesen Erfolg wieder benutzen. Und das kann man auch tun mit Engagement, mit Einfluss auch. Ich bin parteilos, ich bin total parteilos. Mein partei ist die Menschheit, ist Europa und l'amitié entre les peuples. Le peuples. Ich bin ein Volkskünstler. Wenn ihr weit vom Elsass seht, wie sah ihr das Elsass? Vor weitem ist es riesig, wenn ich wieder hier heimkomme, wird es kleiner. Aber ich bin ein Pendler, meine Wohnsätze sind in Irland, ich lebe in Irland, aber ich komme ab und zu hier in Elsass, aber dann geht es los. Ich habe da mein Kulturkommando in Straussburg und meine Copa, der Raymond Weidelich, der Roland Anstett und so weiter und so weiter. Wir sind eine ganze Equipe, Professor Rossignol von Art Deco, dazu nur noch ein paar Namen, wir sind eine ganze Equipe. Wir glauben an die nämliche Sache.